hallo ihr lieben herzlich willkommen zu meinem neuen video ja heute ist die neue trendreihe der box gekommen und da dachte ich mir die stelle ich euch gleich mal vor und eröffnen wir das gute stück mal ich muss leider meine brille wieder aufsetzen und weil sonst erkennt ich nicht was drin ist und kann die sangleiter nicht lesen kkkkkkkkkkkkkkkk So, next product. Reis und Erbsen. Was ich halt immer so ein bisschen lächerlich finde, da steht dann 50% weniger Fett. Und wenn ich dann, also in dieser Minervier-Packung sind es 20 Gramm und 100 Gramm haben 437 Kalorien und das finde ich schon relativ viel, weil 20 Gramm, das ist nix. Nächste. A better way for your healthy life Aloe Vera drink. Muss ich mal zeigen, ich weiß nicht, ob man das durch die Kamera sieht, da sind so Brocken drin. Sieht man das? Ja, hier oben. Da hier sieht man das am Rand. Mal gucken, wie es schmeckt. Das nehme ich schon mal morgen mal mit auf die Arbeit. Also, nächster. Silly, vielleicht soll ich euch das zeigen. Also, ich weiß gar nicht, für was das ist. Ach. Ich glaube, das soll so was für eine Frisbe sein. Also, das ist eine Frisbe. Da machen die Marshmallow aus. Ich weiß nicht, wie es schmeckt. Nein, das macht so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nächster. Was ich an der heutigen Zeit nicht wählen darf, ist ein... ...an Desinfektion. Ich glaube aber, da hat jeder so viel U doppelt gemoppelt. Das ist natürlich total überflüssig, muss ich ganz ehrlich sagen. Zwei Deckel, das ist ja schwarz-einig. Also, ich muss sagen, das ist eine von den wenigen, die gut riechen. Die riecht richtig gut. Also... So, nächster. Ich muss schon mal gucken, was das ist. Deo. Ach, das ist ja mal cool hier. Das ist so ein Stick, wenn ich den rücken... ...den drückt mir wahrscheinlich von hier unten hoch. Genau, hier unten drückt mir den hoch. Und der riecht wirklich total gut. Der riecht nach... ...tja, Lime. Also Limette. Und der riecht echt gut. Gefällt mir popisch aus. Das ist... Jetzt... Musik. Also da muss ich sagen, das ist echt mal was Innovatives, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich habe echt schon viel gesehen. So, nächster. Das ist ein Shampoo, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ach nee, diesen Duschzeug hier, schaue. Das ist auch Limette. Minze. Und das riecht wirklich richtig gut. Also das gefällt mir auch. Super. Okay, und nächster. Das sind so Bonbons. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein Beutel aus Plattlede. Ich zeig's nochmal. So. 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 Mal gucken, ob ich erkennen kann. Conditioner also für die Haare. So. 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 Kostet 1,20. Die Mint Cherry Bonbons oder wie man hier in Hessen sagt, die Knollen kosten 1,44. Und die Knuspe-Ecken steht gar kein Preis drauf. Ist ein exklusives Goodie deswegen. Der Aloe Vera Trink kostet 1,90. Genau. Ja. Achso, genau. Und der Kissenbezug kostet 19 Euro. Und die Frisbee kostet 6 Euro. Das war's. Ja, ob sich das für jemanden lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Ich finde die ganz gut, weil da nicht nur mehr Schminksachen drin sind. Weil ich ja mittlerweile so viele Schminksachen das ist abartig. Und deswegen finde ich die eigentlich ganz gut, weil da auch mal andere Sachen drin sind. Natürlich, ich hätte jetzt kein Kopfkissenbezug dringend notwendig gebracht, oder eine Frisbee-Scheibe. Also ich glaube, ich kann auch ohne die beiden Produkte leben. Aber ich finde es ganz witzig. So eine Frisbee im Sommer im Park. Ja. So, da würde ich sagen, das war's. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Eure Dani.